Herzlich willkommen zu unserem Endgame-Magic-Kalender mit Dr. Carsten Müller. Danke, dass du dabei bist, Carsten. Sehr gerne, Arne. Guten Tag. Wir haben ein wirklich schönes Potpourri an verschiedenen Endspielaufgaben für euch zusammengestellt. 24 Tage lang dürft ihr die richtigen Züge oder die richtigen Antworten versuchen herauszubekommen. Es winken natürlich ein paar Chess-Bass-Preise am Ende dieser ganzen Aktion. Und wir fangen mit einem absoluten Klassiker an, wie ihr schon auf dem Brett sehen könnt. Schwarz am Zug hat nur einen einzigen Gewinnzug und der ist richtig. Carsten, als du das erste Mal diese Aufgabe gesehen hast, was ging dir da durch den Kopf? Unglaublich, das kann nicht sein. Es musste sich um einen Druckfehler. Ja, und genauso ist es. Das ist ja auch schon ein kleiner Hinweis, aber viele kennen es ja bereits nicht. Einfach unten die Anweisung lesen, wie das funktioniert, was ihr machen müsst. Und viel Glück beim Lösen und morgen gibt es die Auflösung. Bis dann. Viel Glück, viel Spaß und bis morgen.